Angreifen. Gut, so, freier Wille. Ja, ja. Schnauslachen. Die Wikinger sind so schlecht. Die sind so schlecht. Die sind so schlecht. Okay. Ja, und die Kreatusche läuft jetzt ein bisschen. Irgendwie haben wir immer noch so wenig Einwohner. Wir müssen was unternehmen. Okay, hier hat's ein paar. Hier geht's jetzt mal ein bisschen nicht raus, Kreatus. Dann mach ich wieder zu. Und schau mal, ob wir die Quests haben. Die Quests haben wir überhaupt noch nicht. Was ist denn ein Vulkan? Hier hat's ein bisschen... Etwas. Ah, hier hat's ne... Quest. Hilfe! Wir müssen unser Gebräu fertigstellen. Wirf das Fass zu meinem Bruder, damit er seine Zutat hineinwerfen kann. Danach muss es zu meinem anderen Bruder auf der Nachbarinsel. Jeder Bruder muss seine Zutat hinzufügen. Brücke bauen und selbst machen. Selbst verrichten. Los, hopp! Ja, es fängt da so. Leider ist es sehr leise. Mist. Naja, tut mir leid, aber ich kann's nicht lauter machen, sonst hören wir hier zu viele. Boah, kann ich weiter... ähm... Werfen. Ja, das ist ungefähr genug weit. Pfff... Wir haben's geschafft. Ist das die falsche Insel? Müssen wir sie jetzt einfach weiterwerfen? Ich weiß nicht. Aha. Ja, jetzt singt er wieder. Jetzt können wir überspringen, wenn wir könnten. Ach Gottchen. Lötchen. Ja, und jetzt singt er erst. Ach komm schon. Ach, das Spiel ist einfach sehr wenig und... Und... äh... gedacht, also... Die Entwickler haben sehr viel nicht mitgedacht. Hm. Schade. Hallo? Ja, ich will nicht nur so werfen. Ja, nein! 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 Schade! Nein! 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 Ach komm schon! So, ja und jetzt zinkt er wieder, haha, danke, aber ich muss weitermachen, blöde Quest, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, da müssen wir sie hier hochwerfen, oder? Ja, zuerst hier hochwerfen. Und dann hier rüber. Nein! Diese scheiss Physik. Ja, 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 sind wir drüber. Gut, da haben wir schon noch... Was?! Ich muss direkt... Kann man hier drüber schiessen? Naja... Diese Kamera ist auch zum Grauenhaften. Hallo, ich möchte nur schiessen. Nicht drüber schiessen. Das sollte doch gehen. Ja, jetzt geht's. Nein, nicht zu weit! Nicht zu weit! Nicht zu weit! Boah, dieser Nervenkitzel. So. Jaaa! Lobe den Herren! Das Gebräu ist fertig! Zum Wohl, Jungs! Aber zunächst ein Tribut für unseren Herren! Tribut! Gut! Sehr schön! Gut gemacht! Ihr habt es geschafft! Mhm. Wie viel bekommen wir? 20.000. Ja. Ungemessen. So, mal kurz speichern. Kampf gegen Wikinger 1. Ja, okay. Kampf gegen Wikinger. So. Dann noch mehr Häuser. Und die Kreatur, was macht die? Hat die irgendwas gelernt? Nein. Und meine Hand ist Kohlenrappe schwarz. Und meine Hand ist Kohlenrappe schwarz. Was hast du so? Warum sind die Eindringlinge hier? Du machst du dich ja noch trauriger. Ja nein, deprimiert bist du ein bisschen böse. Aha, ist wieder gut. Und bist du so mager? Wieso bist du plötzlich wieder so mager? Ess doch mal was. Grösse. Weißt du nicht mal grösser? Muskeln. Muskeln. Du musst mehr Muskeln trainieren. Deine Muskeln nicht ab. Oh. Du musst Muskeln trainieren. Dann mach es auch. Wenn die Griechen vernichtet sind, herrschen die Azteken über diese Welt. Du musst das nehmen. Das musst du nehmen. Und dann trainieren. Verstanden? Nochmals trainieren. Nicht müde werden. Trainieren. Das kann ich nicht. Oh, du armes Teil. Okay. Ähm. Ja, der will halt das nicht erobern. Ich weiss nicht, was er als nächstes sein will. Die griechische Stadt darf nicht weiter wachsen. Ja, ja. Wird du nur grösser. Ich warte, bis du ein paar Soldaten bringen kannst. Nein, du spießt nicht mit deinem Gebäude. So. Ja, jetzt hast du Bauchschmerzen, hä? Dann machen wir doch hier. Ach, Menno. Ein zweites Lagerhaus irgendwo. So. Das machst du mit dem Baum. Du musst nicht die Bäume versorgen. Du musst nicht die Bäume versorgen. Du musst nicht auf die Bäume machen. Ich will, dass du nicht baust. Oder, äh, Holz ins Lagerhaus tust. Mach dann Baum halt hier hin. Ja, ein paar Pfelsen darfst du pulverisieren. Aber ich denke, weil er gehungert hat, hab die Muskeln nachgelassen oder sonst irgendwas. Weiß es auch nicht. Nein, du machst das Lagerhaus nicht fertig. Ah, Mist. Ich kann das nicht irgendwo auf die Seite tun. Ich will nicht, dass du hilfst. Nein, Lagerhäuser werden nicht gebaut. Jetzt gibt es aber wirklich Haare. So. Fertig. Ja, ja, hä? Ich bin immer noch der Gott, also hat die Schnauze. So, ähm. Ich wollte nochmals. Göttlich. Hey, Boss. Unser Freund macht sich gleich ganz nass. Ja, wollen wir mal? Wir bekommen gar keine Gutpunkte. Sehr schön. Und der ist ganz nass. Die Frau fühlt sich ganz ding. Ist die mager oder so? Irgendwie so etwas. Okay. Was machen sie? Die machen überhaupt nichts. Sind doch alte Narren. Ach komm. Wenn die schon dabei sind. Erobern. So. Dann ist was. Nein. Nicht im Spiel zeig. Du musst unbedingt. Nein. Du nimmst den. Wir wollen die Azteken über diese gottlose Welt herrschen. Und ist den. Dafür nehmen wir einen ein. Ähm. Sammler. Zum Beispiel. Die da. So. Was haben wir sonst? Irgendwas noch bauen oder so? Ja. Wir haben nur noch zu wenig für die Schmerzen. Also sparen wir doch lieber noch ein bisschen. Angst hat er nicht. Wut hat er nicht. Wie kann man Wut erhöhen? Alter ist der. Alter Hund Prozent. Seit wann ist er jetzt da voll ausgewachsen? Seit wann ist er das? Weil er geschlafen hat? Nur weil er geschlafen hat? Okay. Aber die Gesinnung die muss noch absinken. Was machst du jetzt? Die Größe wächst noch ein bisschen. Ja. Spiel mit dem Spielzeug. Ist gut. Ist eine gute Idee. Wenn die Kri... ähm. Die gegnerischen Einheiten. Die Griechen sind sehr aggressiv. Aber gegen meine wütenden Horden haben sie keine Chance. Rekrutiert eine Armee und vernichtet diese Jammerlappen. Die sich nähert diese Armee. Okay. Dann greife ich sie wieder mit der Kreatur an, damit sie böser wird. Und die Wolkenkratzer sind schon recht hoch. Ah. Ich baue nur noch Wolkenkratzer. So. Hier haben wir auch noch eine Geysir. Was haben wir sonst noch für Missionen? Ich dachte hier war eine Mission. Aber das scheint erst in einer anderen Insta zu sein mit den Figuren. mit den Farben. Mit den Farben. Okay. Kann man Feuer noch nicht nehmen. Ich dachte man kann Feuer kaufen. Da ist es ja. 60.000. Ich weiss nicht ob wir noch genug Einfluss bekommen in dieser... Im Ding. In diesem Land. Aber mal schauen. Ich werde jeden einzelnen Eindringling vernichten. Die sieht so grässlich aus diese Kreatur. Okay. Dann mache ich mal kurz Pause. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch geht es eigentlich direkt weiter. Wir hassen die Griechen ebenso wie unsere Aztekischen... Okay. Mal speichern. Böse Welt 3 oder 4 So Und bis zum nächsten Mal Tschüss